Die Tiefen des Ozeans bergen unzählige Geheimnisse. Nur wenige Lebewesen fesseln unsere Fantasie so sehr wie der Orca, auch bekannt als Schwertwahl. Diese majestätischen Tiere mit ihrer auffälligen schwarz-weißen Färbung sind ein Beweis für die Kraft und Schönheit der Natur. Begleiten Sie mich auf eine Reise in die Welt der Orcas, auf der wir ihr Leben, ihr Verhalten und die Herausforderungen, denen sie gegenüberstehen, erkunden. Unsere Entdeckungsreise führt uns von den eisigen Gewässern der Arktis bis zu den wärmeren Strömungen der Tropen. Wir werden die Geheimnisse ihrer komplexen Kommunikation lüften, Zeuge ihrer bemerkenswerten Jagdstrategien werden und die Bedeutung ihres Schutzes ergründen. Orcas sind die größten Mitglieder der ozeanischen Delfinfamilie, ein Beweis für ihre Intelligenz und komplexen Sozialstrukturen. Ihre Größe und Eleganz sind sofort erkennbar. Männchen können eine Länge von bis zu neun Metern erreichen, während Weibchen mit durchschnittlich sechs Metern etwas kleiner sind. Ihre unverwechselbare schwarz-weiße Färbung ist nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern spielt auch eine entscheidende Rolle in ihrem täglichen Leben. Der schwarze Rücken verschmilzt aus der Vogelperspektive nahtlos mit den dunklen Tiefen des Ozeans, was es Beutetieren schwer macht, sie zu entdecken. Umgekehrt bietet die weiße Unterseite Tarnung vor der hellen Oberfläche, wenn sie von unten betrachtet wird. Diese Färbung, gepaart mit einer markanten Rückenflosse, die bei Männchen bis zu 1,80 Meter hoch werden kann, macht Orcas leicht erkennbar und wahrhaft beeindruckend. Orcas sind sehr soziale Tiere, die in eng verbundenen Familiengruppen leben, den sogenannten Pots. Diese Pots können von wenigen Individuen bis zu über 50 Mitgliedern umfassen und werden von einer erfahrenen Matriarchin, einem Weibchen, angeführt. Die Bindungen innerhalb dieser Pots sind unglaublich stark und können ein Leben lang halten. Orcas innerhalb eines Pots kommunizieren miteinander durch ein komplexes System von Klick, Pfeif und Impulslauten. Jeder Pott entwickelt seinen eigenen einzigartigen Dialekt, ähnlich wie regionale Akzente bei uns Menschen, was ihre Intelligenz und kulturelle Weitergabe unterstreicht. Diese Lautäußerungen dienen einer Vielzahl von Zwecken, von der Koordinierung der Jagd bis zur Pflege sozialer Bindungen. Vierter Abschnitt. Eine Symphonie der Klänge. Die Unterwasserwelt der Orcas ist eine Symphonie der Klänge. Ihre Lautäußerungen, die von hohen Pfeiftönen bis hin zu tiefen Grolllauten reichen, hallen durch das Wasser und transportieren wichtige Informationen über weite Strecken. Diese Laute sind nicht nur zufälliger Lärm, sondern eine komplexe Sprache, die Wissenschaftler gerade erst zu entschlüsseln beginnen. Jeder Pott besitzt seinen eigenen einzigartigen Dialekt, der über Generationen weitergegeben wird, ähnlich wie unsere eigenen Sprachen. Diese Dialekte sind so unterschiedlich, dass Forscher oft allein anhand seiner Rufe erkennen können, zu welchem Pott ein Individuum gehört. Diese Komplexität der Kommunikation unterstreicht die hochentwickelten kognitiven Fähigkeiten dieser bemerkenswerten Lebewesen. Fünfter Abschnitt. Spitzenpredatoren. Orcas sind äußerst geschickte Jäger, die ihren Spitznamen Killerwale zu Recht verdienen. Sie stehen an der Spitze der marinen Nahrungskette und ihre Ernährung ist so vielfältig wie die Lebensräume, die sie bewohnen. Von Fischen und Tintenfischen bis hin zu Robben, Seelöwen und sogar größeren Walen haben Orcas eine Reihe von Jagdtechniken entwickelt, um ihre Beute zu erlegen. Ein bemerkenswertes Beispiel ist ihre kooperative Jagdstrategie, mit der sie Robben auf Eisschollen ins Visier nehmen. Die Orcas arbeiten zusammen und erzeugen Wellen, die über das Eis spülen, ihre Beute herunterwerfen und sie so in die wartenden Mäuler des Potts befördern. Diese koordinierte Aktion ist ein Beweis für ihre Intelligenz, ihre Kommunikationsfähigkeit und ihre sozialen Bindungen. Sechster Abschnitt. Eine Welt der Reisen. Orcas sind in allen Weltmeeren zu finden, von der Arktis bis zur Antarktis. Sie sind sehr anpassungsfähige Lebewesen, die in der Lage sind, in einer Vielzahl von Umgebungen zu gedeihen. Von Küstengewässern bis zum offenen Ozean. Während einige Populationen in einem bestimmten Gebiet heimisch sind, unternehmen andere lange Wanderungen, folgen Nahrungsquellen oder suchen geeignete Brutgebiete auf. Diese Wanderungen können sich über tausende von Kilometern erstrecken und zeugen von der unglaublichen Ausdauer und den Navigationskünsten dieser Tiere. So wandern beispielsweise einige Populationen von den kalten, nährstoffreichen Gewässern der Arktis in wärmere, niedrigere Breiten, um sich dort fortzupflanzen. Ein Beweis für ihre Anpassungsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit. Siebter Abschnitt. Schutz und Wertschätzung. Trotz ihrer Anpassungsfähigkeit und ihrer Stellung an der Spitze der Nahrungskette sind Orcas einer wachsenden Zahl von Bedrohungen ausgesetzt, von denen viele vom Menschen verursacht werden. Verschmutzung, Lebensraumzerstörung und Klimawandel stellen eine ernste Gefahr für ihr Überleben dar. Es liegt in unserer Verantwortung, für das Wohlergehen dieser großartigen Lebewesen zu sorgen. Durch kontinuierliche Forschung, Schutzbemühungen und einen verantwortungsvollen Umgang mit diesen Tieren können wir dazu beitragen, Orcas für kommende Generationen zu schützen. Indem wir Mythen ausräumen und ein tieferes Verständnis für ihr komplexes Leben fördern, können wir sicherstellen, dass die Symphonie der Klänge, die durch unsere Ozeane halt, auch weiterhin Ehrfurcht und Staunen auslöst. Lassen Sie uns zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass diese großartigen Lebewesen unsere Ozeane noch für Generationen schmücken werden. Untertitelung des ZDF, 2020